Hallo zusammen zu einem kleinen Tutorial in RedenEvMap zum Thema Lufträume, Visual Reference Points bzw. Meldepunkte. Ich habe dazu schon öfters jetzt Fragen bekommen, wie sehe ich die, wie funktioniert das Ganze. Deswegen hier einen kleinen Rundumschlagüberblick, wie ich persönlich das Ganze in RedenEvMap nutze. Erster Hinweis vorneweg, das Ganze bezieht sich ausschließlich auf das Fliegen im Flugsimulator, eventuell noch mit Referenz zu Wetsim, aber auf keinen Fall irgendetwas von dem, was ich hier sage, in der echten Welt anwenden. Das ist ausschließlich für Unterhaltungszwecke und in Simulatoren gedacht. Also, wenn ihr LidenevMap installiert, dann fragt ihr euch in der Regel, von welchem Flugsimulator ihr gerne eure Szenerie-Daten bekommen möchtet. Bei mir ist es in diesem Fall der Flight Simulator 2020 und wenn ich das Ganze dann gestartet habe, sieht das so aus, wie es hier aussieht. Ihr könnt, wenn ihr mehrere Simulatoren installiert habt, das umschalten, hier über den Punkt Scenery-Library. Bei mir ist jetzt hier der Flight Simulator installiert, das heißt, die Flughäfen, ILS, VORs und ähnliches kommen alle aus dem Flight Simulator. Wenn ich jetzt hier X-Plane auswähle, dann verschwinden die alle, weil ich kein X-Plane installiert habe. Wähle ich hier also den Flight Simulator. Da sind meine ganzen Flughäfen. Daher kommen auch standardmäßig die Lufträume, die ihr seht. Das heißt, normalerweise stammen die aus dem Simulator und das sind also hier die verschiedenen farbigen Kreise über der Karte. Zum Anzeigen der Lufträume habt ihr hier eine Reihe von Optionen. Das erste ist einfach der Umschalter. Ich möchte alle sehen, möchte gar keine sehen. Also einfach an-aus. Das zweite ist, welche Klassen von Lufträumen ihr sehen möchtet. Es gibt verschiedene Klassen A bis G und die haben unterschiedliche Bedeutungen. Ich werde dir jetzt hier nicht im Detail erklären, welche Unterschiede es gibt. Das müsst ihr einmal selber online nachlesen oder euch andere Tutorials angucken. Das sprengt jetzt hier den Rahmen. Für uns wichtig ist A, B, C und D sind in der Regel überall kontrollierte Lufträume E, F und G. Zumindest für die VFA-Fliegerei unkontrolliert. Deswegen lasse ich mir auch nur A, B, C, die einblenden, weil die anderen sind für mich nicht relevant, wenn ich VFA unterwegs bin. Die Lufträume unterscheiden sich auch noch mal je nach Land. Das heißt, die Regeln für den Luftraum Klasse E oder C können in Deutschland andere sein als im zum Beispiel Vereinigten Königreich oder Holland oder Polen oder in Amerika. Auch da macht euch vorher einmal schlau, lest einmal nach auf Wikipedia oder sonst wo, welche Regeln dort gelten. Ihr könnt euch noch hier die Flight Information Regions anzeigen lassen. In dem Fall sehe ich jetzt hier eine große Grenze, nördliche Teil von Deutschland ist Bremen zuständig. Ihr südöstlicher Teil ist München, südwestlicher Teil ist Langenradar. Das heißt, wenn ihr Fluginformations-Services nutzen wollt, also Hilfe beim, Informationen beim Fliegen über Verkehr, Wetter und ähnliches, dann könnt ihr euch hier diese Regions einblenden lassen. Ich habe sie in der Regel deaktiviert, weil mich das eher irritiert. Dann haben wir Restricted Airspaces. Wenn ich die einblenden lasse, seht ihr hier, wird ziemlich viel Gelb und Rot eingeblendet. Gelb sind Restricted Airspaces. Das heißt, da dürft ihr manchmal nicht reinfliegen. Rot ist in der Regel eine Warnung oder ein Dunkelrotkreis. Zum Beispiel hier ist eine Flugverbotszone. Die, ich lasse in der Regel alle aus, weil sie auf Wetzeln keine Rolle spielen. Für mich persönlich lasse ich die Prohibited an, weil das sind Gebiete, wo ich auf keinen Fall reinfliegen darf. Die Restricted müsste man auch immer erst nachschlagen online, was sie genau bedeuten und vor allen Dingen, wann sie aktiv sind. Meistens gibt es da Beschränkungen, dass eine Restriction zum Beispiel nur gilt. Am Sonntag dürfen zwei motorige Flugzeuge bei Vollmond nicht fliegen in diesem Bereich zwischen 3500 und 8900 Fuß. Ist für Wetzeln und für mich persönlich völlig unrelevant, deswegen ausgeblendet. Genauso die nächsten zwei Kategorien. Hier gibt es noch Warning, Caution, Alert, Training und ich glaube, das sind Bereiche für, wann welche Frequenz wichtig ist. Das hat bei mir noch nie funktioniert oder die waren für mich zumindest noch nie hilfreich. Deswegen habe ich sie immer ausgeblendet. Könnt ihr aber gern einmal mit rumspielen. Das Letzte ist hier die Einstellung für, für welche Höhe soll ein Flug oder die Lufträume angezeigt werden. Aktuell werden mir nur Lufträume angezeigt, die unter 10.000 Fuß relevant sind. Wenn ich hier unter 18.000 Fuß anschalte, kommt noch mal über Deutschland ein großer Klasse C Luftraum dazu, weil alles über 10.000 kontrolliert ist. Oder ich könnte auch sagen, ich möchte nur über 18.000 Fuß, dann verschwinden ganz viele der Lufträume um die Flughäfen, weil sie eben keine Rolle spielen. VFA spielen hier nur zwei Einstellungen für mich eine Rolle. Einmal below 10.000. Damit bin ich in der Regel unterwegs. Die zweite Option ist nur auf meiner geplanten Cruise Altitude. Hier zum Beispiel bei 3.500 Fuß sieht das so aus. Wenn ich das jetzt hochstelle auf 7.000 Fuß, seht ihr, kommen noch ein paar Lufträume dazu. Es verändert sich. Oder bei 1.000 Fuß verschwinden ganz viele, weil auf der Höhe nicht mehr so viele interessant sind. Gut. Das sind so die Grundlagen zur Anzeige. Gucken wir uns mal einfach ein paar Beispiele an. Dann wird auch, glaube ich, deutlich, wie das Ganze funktioniert und worauf ihr achten müsst. Schauen wir uns am Anfang den Flughafen Leipzig-Halle an. Das ist so ein Luftraum um den Flughafen, der ganz klassisch strukturiert ist. Ich zeige jetzt den unter 10.000 Fuß an. Das heißt, da kommt noch ein bisschen was dazu. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, wir würden jetzt von Köthen, VFA, nach Leipzig-Halle fliegen, würde ich mir persönlich hier die Autobahn als Hilfspunkt nehmen. Den kann man gut folgen. Also fliege ich hier zur Autobahn rüber, folge der nach Süden und komme hier zum kontrollierten Luftraum. Leipzig-Sektor-Hotel. Da steht Minimum Altitude 5.500, Maximum Altitude 7.500. Wenn ich jetzt in meinem Beispiel auf 3.500 ankomme, befinde ich mich noch nicht in kontrollierten Luftraum, sondern ich fliege darunter hinweg. Ich muss also nur aufpassen, wenn ich steige, dass ich nicht über 5.500 Fuß steige. Dann wäre ich in kontrollierten Luftraum und dafür braucht man immer eine Freigabe. Die Freigaben gibt es auf Wetzeln wieder nach dem Top-Down-Prinzip. Das heißt, wenn jetzt Leipzig-Halle der Tower online wäre, würde ich mich da melden. Wenn ein Approach online wäre, wäre das noch besser, dann würde ich mich nämlich dort melden. Wenn weder Tower noch Approach online sind, würde ich mich beim Bremen Radar melden. Und wenn der auch nicht online ist, dann nur über Unicom Bescheid geben. Ich fliege also hier ein vom Norden kommend, würde mir eine Freigabe holen beim Controller. Der würde dann so etwas sagen wie Einflug in die Kontrollzone genehmigt über November. Das ist dieser Punkt hier. Wo wir den herbekommen, darüber reden wir später. Einflug über die Kontrollzone über November genehmigt, nicht über 2500 Fuß. Und dann würde ich also hier reinfliegen. Hier ist dann Sektor C, wäre ich immer noch unkontrolliert. Dann auf 2500 Fuß. Und wäre dann hier in Sektor A, der wäre dann kontrolliert ab 2500 Fuß. Und in der Mitte ist der CTA, also die Kontrollzone vom Tower. Die ist von 0 bis 2500 Fuß. Und darüber geht es weiter mit Sektor A von 2500 bis 7500 Fuß. Wir haben hier noch so ein paar Ausläufer links und rechts, weil die Landebahnen gehen von West nach Ost. Deswegen ist das Ganze hier auch nach West und Ost gestreckt. Hier fliegen halt die Flugzeuge entsprechend an. Deswegen gibt es die in der Richtung noch ein bisschen weiter gestreckt, als zum Beispiel nach Norden und Süden. Schauen wir uns als nächstes den Flughafen Hamburg an. Hier ist das Ganze ein bisschen komplizierter. Hamburg hat nämlich zwei Bahnen, die über Kreuz gehen. Dementsprechend haben die auch eine CTA, die über Kreuz geht. Wenn ich mir also hier angucke, wo mein Mauszeiger ist, der Luftraum ist in der CTA, ganz unten steht es 0 bis 2500 Fuß. Und gleichzeitig ist das Sektor A von Hamburg von 2500 bis 10.000 und Sektor B von 3500 bis 10.000 Fuß. Das heißt, wenn ich auf 1000 Fuß fliege, bin ich im CTA-Bereich. Liege ich auf 2000 Fuß, bin ich in Sektor A. Liege ich auf 3000 Fuß, bin ich in Sektor B. In jedem Fall ist es aber kontrolliert zwischen dem Boden und 10.000 Fuß. Wenn ich hier ein bisschen weiter links gehe, der erste Kreis drumherum, das ist Sektor A und Sektor B. Sektor A fängt an bei 2500, Sektor B bei 3500. Nach außen ist das nur noch 3500 und ganz außen 6000 Fuß. Das heißt, wenn ich nach Hamburg einfliegen würde, zum Beispiel hier von Osten kommend, dieser Autobahn folgend, wäre ich hier bei 6000 Fuß oder fängt der Luftraum bei 6000 Fuß an, interessiert mich also nicht. Hier 3500 Fuß. Wenn ich auf 3500 Fuß bin, wie es hier eingestellt ist, dürfte ich hier also noch nicht einfliegen, müsste sinken. Das wäre das, was ich tun würde. Ich würde auf 2000 Fuß sinken und komme dann hier hin. Immer noch unkontrollierter Luftraum. 2000 Fuß kann ich hier lang fliegen und würde mich dann beim Tower melden, dass ich in die Kontrollzone einfliegen möchte zur Landung über Delta. Gucken wir uns ein Beispiel in England an, beziehungsweise in Schottland, um genauer zu sein, Edinburgh. Hier ist das ähnlich strukturiert wie in Deutschland. Ich habe hier ein, wenn ich hier von Osten kommen würde, das ist so eine typische Route, die ich fliege, entlang der Küste zum Landen. Dann kommen wir hier zum Luftraum von Edinburgh. Edinburgh CTA 2 fängt an bei 2500 Fuß. Ich würde also auf 2000 Fuß sinken und gleichzeitig über 6000 Fuß wird das kontrolliert bis 19.500 vom Scottish Radar. Um Edinburgh herum ist ein Kreis, der fängt, ist dann von 0 bis 6000 Fuß. Das ist Edinburgh CTA. Das heißt, bevor ich in diesen inneren Kreis hier einfliege, brauche ich auf jeden Fall die Freigabe. Und deswegen sind da drumherum auch die ganzen Kontrollpunkte, in England heißen sie VRP, Visual Reference Points oder Visual Reporting Points, eingetragen. Wenn ich hier nach Westen gucke, ist Glasgow ganz in der Nähe. Das heißt, wenn ich jetzt hier von Edinburgh nach Glasgow fliegen würde, würde ich eben hier in den Luftraum Klasse D kommen, 2500 bis 6000 Fuß. Hab dann hier zwischen so ein Ding, wo es sich überschneidet, wo also Scottish Radar für mich zuständig ist oder Glasgow, wenn ich auf 3000 Fuß bin oder darüber. Und hier dann das Glasgow CTR. Das heißt, wenn ich, ich stelle es mal kurz um, dann wird es ein bisschen deutlicher, wenn ich also auf 2000 Fuß fliegen würde, dann sähe der kontrollierte Luftraum zwischen Glasgow und Edinburgh so aus. Ich würde bei Edinburgh starten, mich hier abmelden, wäre dann quasi raus aus kontrollierten Luftraum, kann hier fliegen, wie ich möchte, bis ich nach Glasgow wieder einfliege. Wenn ich das Ganze auf 3500 Fuß fliege, dann ist das Ganze die gesamte Strecke kontrollierter Luftraum. Schauen wir uns als letztes Beispiel einmal London an. Hier haben wir einen riesengroßen roten Radius drumherum, weil alles um London ist kontrolliert, fast alles. Schauen wir uns einmal im Detail an. Mal angenommen, ich würde jetzt hier irgendwie von Westen, hier ist nicht ganz so viel los, angeflogen kommen, Richtung London Heathrow. Dann treffe ich hier auf das Portsmouth CTA, also ab 6500 Fuß ist es Klasse A. Klasse A ist hier eben rot eingemalt, hat aber für uns erstmal prinzipiell die gleiche Bedeutung wie alle anderen kontrollierten Lufträume. Wir brauchen eine Freigabe. Würden wir in dem Fall dann von irgendeinem London Controller bekommen, müsste ich auch nachschauen, welcher da gerade online ist. Und welcher dafür relevant ist. Kommen wir dann hier rüber in den nächsten Luftraum. Der unterscheidet sich nur, dass er auch bei 6500 Fuß anfängt, aber bis 19500 Fuß geht. Wäre für uns also auch erstmal nicht relevant. Kommen wir ein Stückchen näher. Hier gilt es ab 4500 Fuß. Ist immer noch nicht relevant für uns, wenn wir auf 3500 ankommen. Jetzt ist für uns der relevante Luftraum 3500 Fuß London TMA Nummer 4. Spätestens hier London TMA Nummer 1. Es wäre dann relevant, es sei denn, wir kommen an auf 2000 Fuß. Dann kommen wir hier in die London Control Zone von 0 bis 2500 Fuß. Das heißt, ihr seht, es ist viel los. Wenn ich aber hier die Anzeige ändere und plane, wir kommen auf 2000 Fuß an, sieht das Ganze schon etwas übersichtlicher aus. Ich empfehle euch dennoch in der Regel, diese Anzeige für unter 10.000 Fuß zu verwenden. Man kann das gerne machen. Sich einfach mal anschauen, wenn ich auf 2000 Fuß ankomme, was ist für mich wirklich relevant, um so einen Überblick darüber zu haben. Ihr solltet aber wissen, dass drumherum kontrollierter Luftraum ist und wo der anfängt. Wenn ihr also auf 2000 Fuß zum Beispiel ankommt, in diesem Bereich hier, da fängt der Luftraum bei 2500 Fuß ankontrolliert. Und da kann man gerne, wenn man sich gerade auf die Landung vorbereitet oder ähnliches, schon mal aus Versehen hineinsteigen. Oder wenn ihr den falschen Luftdruck eingestellt habt. Oder, oder, oder. In dem Fall solltet ihr euch bewusst sein, über euch ist kontrollierter Luftraum. Also passt dort auf. Gerade in London, da stehen die da auch nicht so viel Spaß, weil da immer sehr viel los ist. Soviel also als kleiner Überblick darüber, welche Lufträume es gibt, wie sowas aussehen kann an Flughäfen. Jeder Flughafen ist ein bisschen anders, aber ich hoffe, das Grundprinzip ist klar geworden. Und jetzt ist die Frage, woher bekomme ich denn jetzt genau diese Luftraumdaten? Nun, standardmäßig bekommt ihr die auch von eurem Flugsimulator. Also wenn es X-Plane ist, X-Plane. Wenn es der Flugsimulator 2020 ist, der Flugsimulator 2020. Es gibt aber eine kleine Besonderheit. Es gibt noch eine zweite Quelle. Wenn ihr hier auf die Scenery Libraries geht, seht ihr, ihr müsstet hier standardmäßig auch ein Navigraph installiert haben. Also die Navigationsdaten von Navigraph. Ich glaube, standardmäßig ist das der Cycle 18 irgendwas. Also aus dem Jahr 2018. Monatnummer weiß ich gerade nicht, was das standardmäßig ist. Und ihr könnt euch hier bei Airspace Libraries auswählen, welche Daten ihr angezeigt bekommen wollt. Bei mir ist es jetzt zum Beispiel nur Simulator. Das heißt, ich kriege die Daten der Lufträume direkt vom Flight Simulator. Wenn ihr euch das einmal anguckt. Hier in Berlin ist ein schönes Beispiel. Da sieht das so aus. Und dann haben wir hier noch so einen großen Luftraum, der einmal so quer rüber geht. Ist hier eingetragen als Bremen CTA von 0 bis 10.500 Fuß. Wenn ich das Ganze jetzt umstelle auf Navigraph, dann seht ihr, es ist ein Haufen dazugekommen. Weil jetzt kriege ich beides angezeigt. Also wenn ich hier an den Rand gehe, seht ihr zum Beispiel, ich habe jetzt Berlin L und darunter nochmal Berlin L, aber mit genau den gleichen Höhen. Das ist, weil jetzt sowohl vom Flugsimulator der Luftraum als auch vom Navigraph der Luftraum angezeigt werden. Und die überlappen sich eben. Das heißt, ich wähle den Simulator ab. Und jetzt habe ich nur noch die Daten von Navigraph. Und ihr seht, dieser komische Block hier von 0 bis 10.500 ist verschwunden. Jetzt ist natürlich die spannende Preisfrage. Was ist jetzt richtig? Mit oder ohne Block? Das müsste man eben einmal nachgucken. Ich konnte diesen Kegel, der hier ist, nicht mehr finden in den aktuellen Charts. Ich weiß nicht, ob der überhaupt jemals korrekt war, kann ich nicht sagen. Deswegen verwende ich die Navigraph-Daten. Aber Achtung, das hat auch wieder eine kleine Falle. Standardmäßig, wie gesagt, habt ihr hier vom Navigraph den Cycle von 2018 irgendwas. Das könnt ihr sehen in Berlin, wenn ihr das ausgewählt habt, dann habt ihr hier rund um Tegel, der ja mittlerweile geschlossene Flughafen ist, auch noch eine CTR. Und die Lufträume hier sehen nochmal ein bisschen anders aus. Da kommt nochmal was dazu. Das ist nicht der Fall, wenn ihr eine aktuelle Navigraph-Subscription habt. Also da die, ich weiß gar nicht, was es kostet, 10, 15 Euro im Monat bezahlt. Dann könnt ihr euch den Navigraph-FMS-Manager runterladen. Und darüber für Little Navmap die aktuellen Daten installieren. Das ist dann der Cycle 21-12, also 2021, Monat Nummer 12. Also der für... Ja, bla, bla, bla. Also der... Oh, mein Gni. Oh. Gestossen. Oh. Sorry. Oh. Also der Cycle 21-12, der also für... Jetzt... Äh. Also der Cycle 21-12, der zum Zeitpunkt dieses Videos der aktuelle ist. Der Unterschied zwischen Simulator und Navigraph ist meistens nicht so groß, zumindest beim Flight Simulator. Da werden die Navigationsdaten auch jedes Mal bei einem Simulator-Update mit aktualisiert. Also das letzte Mal beim Sim-Update, was war das, Nummer 6 oder 7? Die Game of the Year Edition. Deswegen habt ihr, wenn ich den Simulator anklicke, den Cycle 21-11. Wenn ihr einen Navigraph habt, habt ihr den Cycle 21-12. Die Lufträume aktualisieren sich nicht so super häufig. In der Regel, wie gesagt, wenn ein Flughafen hinzukommt oder wegkommt. Manchmal gibt es auch, dass beschlossen wird, jetzt über einen Flughafen einen kontrollierten Luftraum einzurichten oder abzuschaffen. Aber in der Regel kommt ihr wirklich gut auch zurecht, indem ihr einfach das verwendet, was aus dem Flugsimulator kommt. Bei X-Plane kann ich es nicht sagen. Da habe ich leider keinen Erfahrungswert, wie aktuell die Daten dort sind. Eine Besonderheit bei den Navigraph-Daten habt ihr noch. Und zwar habt ihr, hier sieht man zum Beispiel in Berlin, immer um den gesamten kontrollierten Luftraum einen Luftraum Zulu. In dem Fall jetzt hier also Berlin, Klammer auf, Z, Klammer zu. Von 2.500 bis 10.000 Fuß. Das ist anscheinend immer irgendwie die Minimumhöhe bis Maximumhöhe, die es so gibt in dem gesamten Bereich. Aber dieser Zulu, der existiert eben nicht wirklich. Das ist irgendein Ding von Navigraph. Ich weiß nicht genau, warum sie es drin haben. Könnt ihr also ignorieren. Immer wenn ihr seht, Name des Flughafens Zulu, ist das zu ignorieren. In Handel haben wir das Gleiche. Hier habe ich also der Sektor A. Das ist korrekt. 2.500 bis 7.500. Zulu 2.500 bis 7.500 könnt ihr ignorieren. Gerade hier außerhalb. Hier fängt er an eigentlich bei 5.500. Von 2.500 der Zulu ist inkorrekt. Geht also keine Rolle. Das muss man wissen. Lasst euch davon nicht verwirren. Kommen wir zu dem Thema VRPs, Visual Reference Points oder in Deutschland Meldepunkte. Wenn ihr in eine Kontrollzone eines Flughafens einfliegt, jetzt hier zum Beispiel Leipzig, dann kriegt ihr in der Regel die Freigabe, Einflug in die Kontrollzone über Meldepunkt sowieso gestattet. Zum Beispiel hier jetzt November oder Sierra. Das heißt, wenn ich jetzt in Leipzig landen wollen würde und ich würde von Osten ankommen, zum Beispiel hier von Lonnewitz, dann dürfte ich hier nicht einfach reinfliegen, weil dann würde ich in die Quere der großen Passagierflugzeuge kommen, die hier eben landen und starten, sondern müsste irgendwie außenrum entweder nach Süden oder nach Norden und von dort aus dann einfliegen bis in die Platzrunde landen. Diese Meldepunkte in Deutschland, da müsst ihr euch melden in der Regel. Das heißt, wenn ihr dort seid, Beispiel der Tower sagt mir, Einflug in die Kontrollzone über November gestattet, dann sage ich, wiederhole ich das, bestätige das und wenn ich bei November bin, sage ich, mein Callsign, x-tausend Fuß, Meldepunkt November, beziehungsweise Meldepunkt November, x-tausend Fuß. Das gleiche gibt es auch im Vereinigten Königreich in England. Wenn ich mir hier angucke, zum Beispiel Edinburgh. Hier heißen die Meldepunkte eben nicht November und Sierra. Also in Deutschland ist es halt relativ einfach. Alles, was nördlich vom Flughafen ist, hat halt November für Norden, was südlich ist, ist Sierra für Süden und Echo, Osten, Whisky, Westen und so weiter. In Vereinigten Königreich sind es halt tatsächlich Visual Reference Points, also Punkte, die gut aus der Luft erkennbar sind. Die sind sie in Deutschland auch, aber hier heißen sie auch so. Also zum Beispiel Edinburgh Arthur's Seat. Das ist also hier so auf dem Hügel liegend so eine, das ist glaube ich eine Burg, weiß ich es gerade gar nicht genau. Oder hier das Örtchen Pennycook. Wenn ihr also rausfliegt, dann ist das hier der einzige Ort, der so gut sichtbar ist. Oder hier die Brücken oder ähnliches. Da gilt auch, ihr kriegt eine Freigabe in der Regel über einen bestimmten Reference Point ein- oder auszufliegen. Woher kriegt ihr diese Reference Points? Zwei Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer eins, ihr macht einen Rechtsklick, User Point, Add und gebt dann hier ein, wie der Punkt heißen soll, wo die Koordinaten sind genau, wie hoch er ist und so weiter. Dann habt ihr viel zu tun, weil es gibt einige tausend davon in Europa. Ihr könnt auch einen vorhandenen Punkt rechtsklicken, User Point, Edit und hier die Daten aktualisieren, wenn ihr das möchtet. Wo kriegt ihr die sonst noch her? Ihr könnt die Punkte in eine Textdatei exportieren und importieren. Und der KIX VFA Club aus dem Vereinigten Königreich, also große Empfehlung an die und ein großes Dankeschön, haben das einmal für Europa zusammengetragen, aus diversen Listen online und alles in eine Reihen kompiliert. Und ich habe die ein bisschen angepasst für Deutschland, weil da zum Beispiel noch die Visual Reference Point, von Tegel eingetragen waren. Ich habe die aktualisiert, dass sie jetzt richtig heißen und an den richtigen Stellen sind für den neuen BER-Flughafen. Und diese Liste mit den ganzen Punkten aus fast ganz Europa als CSV-Datei, das ist also eine Textdatei, für euch zum Download bereitgestellt. Den Link dazu findet ihr in der Beschreibung dieses Videos und in den Kommentaren unter dem Video. Diese Liste könnt ihr euch dann einfach herunterladen. Sobald ihr euch diese Liste heruntergeladen habt, geht ihr auf User Points, Import CSV, wählt die Datei aus und zack, habt ihr all diese tollen Punkte. Soviel also dazu. Jetzt solltet ihr wissen, welche Lufträume es gibt, wo ihr das umschaltet, zwischen Simulator oder Navigraph. Ihr solltet wissen, was zumindest im groben Visual Reference Points beziehungsweise Meldepunkte sind und wie ihr die in den Navmap hineinbekommt. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, lasst mir gerne einen Kommentar unter diesem Video. Ich versuche sie so gut ich kann zu beantworten. Ansonsten nur noch am Abschluss ein Wort der Warnung. Bitte achtet darauf oder denkt daran, dass diese Informationen hier in den Navmap nicht immer automatisch 100% akkurat sind. Auch Navigraph macht mal Fehler und besonders diese Reference Points werden eben nicht irgendwie automatisch aktualisiert von irgendetwas. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel nach Berlin reinfliegt, schaut vorher einmal auf die echten Charts, wenn es euch möglich ist. Überprüft einmal, ob die Reference Points da sind, wo sie sein sollten. Überprüft, ob die Lufträume tatsächlich so aussehen, wie ihr sie in den Navmap seht. Das erspart euch nämlich Ärger, wenn ihr plötzlich in kontrollierten Luftraum eindringt ohne Freigabe. Gibt es richtig Ärger oder wenn ihr einfach zu einem falschen Reference Point fliegt oder den gar nicht habt, ist auch unangenehm. Deswegen kontrolliert es vorher, wenn es euch irgendwie möglich ist einmal und dann sollte auch nichts schief gehen. Ihr könnt im Notfall auch einfach immer dem Controller sagen, ich habe leider keine Karte dazu. Ihr könnt im Notfall auch einfach immer dem Controller sagen, ich habe gerade keine Karte dazu zur Hand. Ich brauche einmal bitte Hilfe. In der Regel sind die da nett und helfen euch. Es sei denn, ihr fliegt gerade nach London, während ein Event stattfindet und die einen riesen Workload haben. Da seid denen auch nachsichtig, dass sie dann nicht die Zeit haben, euch an die Hand zu nehmen und dann durchzuleiten. So, das war es dazu. Ich hoffe, es hat euch geholfen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Morgen, Mittag, Abend und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.